Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Legendary Pokémon Ranking und zwar dieses Mal zu den Legendären Pokémon der vierten Generation und ihr wisst Bescheid, ich habe die vierte Generation als Kind extrem ausgiebig gespielt und deswegen kenne ich die Pokémon alle sehr gut und ich mag sie auch eigentlich fast alle sehr gerne und deswegen war die Liste nicht so einfach für mich, aber ich habe sie jetzt aufgestellt und ich hoffe mal ihr seid zufrieden und dann würde ich sagen fangen wir auch direkt an. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass Rotom für mich nicht als Legendäres Pokémon zählt. Ich habe von ein paar Leuten schon mal gehört, dass Rotom ein Legendäres Pokémon sein soll, aber soweit ich weiß ist Rotom von offizieller Seite aus kein Legendäres Pokémon und deswegen werde ich es hier nicht aufnehmen. Wenn ich es aufgenommen hätte, wäre es allerdings auch nur Platz 10 gekommen, deswegen ist es halt nicht sonderlich tragisch. Also ihr könnt euch ungefähr denken, wie sehr ich das Pokémon mag, nicht so sehr. Ich finde es ganz cool, aber naja, mehr auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es noch 14 übrig gebliebene Legendäres Pokémon, die definitiv Legendäres sind und die werde ich jetzt ranken und wir schauen mal, was dabei so entstanden ist. Und der vierzehnte Platz geht mit Abstand an Fione. Ich verstehe ernsthaft nicht, warum Fione überhaupt existiert. Wenn man Manafi in die Pension gibt und ein Eier zeugt, bekommt man Fione raus und Fione ist einfach nur eine etwas schlechter designtere Variante von Manafi mit schlechteren Werten und schlechteren Moves. Was weiß ich, was man sich dabei gedacht hat, aber Fione existiert und es ist für mich mit Abstand, mit gigantischem Abstand, das lameste Legendäres Pokémon aller Zeiten. Also wenn man irgendwie versucht hätte, den Pokédex zu füllen, sodass Arzois, der Gott der Pokémon, auf Pokémon Platz 500 gelandet wäre oder so, dann hätte ich nachvollziehen können, dass man Fione als Nummer 498 dazu dichtet. Aber so ist es einfach komplett sinnlos. Ich meine, jetzt hat Arzois die Nummer 493 und nicht die Nummer 500, die ziemlich episch geklungen hätte. Dementsprechend hätte man den Pokédex so nicht füllen müssen und es ist einfach ein unnötiger Zusatz. Also Fione fand ich immer richtig dumm und ich werde es auch nie mögen und das ist eins der Pokémon, die ich wahrscheinlich lange Zeit über nicht anfassen werde. Auch wenn ich jedes Pokémon eigentlich mal competitive aufbauen möchte, ja, bei Fione wird es eine Weile dauern. Denn das Schlimme ist, dass ich Manafi nicht mehr sonderlich leiden kann, ja. Manafi ist so ein Pokémon, das ist halt relativ mysteriös, sag ich mal. Man hat es damals bekommen, wenn man im Pokémon Ranger nach der Story ein Ei angenommen hat und das konnte man dann irgendwie auf seinem DS speichern oder so. Oder man hat einen Code bekommen, glaube ich. Und den konnte man dann in Pokémon Diamant eingeben, um das dann einmalig zu bekommen. Also das war ganz kurios. Ich habe das sogar gemacht und ich hatte dann Manafi und es ist auf meiner Box vergammelt, weil ich es einfach unfassbar lame und hässlich finde. Ich finde es ehrlich gesagt nicht mal süß. Es ist für mich einfach lame. Ich weiß, dass es competitive gesehen, soweit ich weiß, sogar ganz gut ist. Ich habe mir das nie genauer angeschaut, aber ich hatte mal was gehört. Aber auf jeden Fall hat es mich nie gejuckt. Es ist einfach so ein kleines Wasservieh, was genauso gut einfach ein random Basis-Pokémon sein könnte und niemand würde das hinterfragen. Mal ganz am Ernst. Das sieht einfach nicht legendär genug für mich aus. Ich habe sogar mal, glaube ich, den Film gesehen mit Manafi und Fione. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe nur reingeschaut. Aber auf jeden Fall gibt es da einen Film, da bin ich mir sicher. Ich werde hier mal wieder das Cover einblenden. Aber keine Ahnung. Dieses Pokémon hat mich nie gejuckt. Und es sind für mich auch die einzigen schlechten legendären Pokémon in der vierten Generation. Denn jetzt kommen zwölf wirklich gute. Und dementsprechend tut es mir auch weh, dass ich Selfie auf den zwölften Platz setzen muss. Selfie mag ich halt einfach am wenigsten von den restlichen zwölf. Und dementsprechend landet es auf Platz zwölf. Generell dieses ganze Trio mit Selfie, Tubuz und Vesprit, die finde ich relativ lame, sage ich mal. Also die jucken mich nicht so sehr. Das sind quasi die Hüter der Seen von Sinnoh. Ist ganz cool eigentlich die Idee, aber das war es dann auch schon. Also so sehr überzeugend tut mich das jetzt nicht. Selfie ist ganz nett. Die anderen beiden Pokémon sind auch ganz nett. Sie teilen sich so ein bisschen hier den zwölften, elften und zehnten Platz. Aber ich finde Selfie noch knapp am schlechtesten. Vielleicht weil es so ein bisschen gelb ist. Was weiß ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall mag ich Selfie etwas weniger als die anderen beiden. Und deswegen Platz zwölf. Keine Ahnung. Es sind einfach relativ unspektakuläre, legendäre Pokémon. Aber auch sie finde ich vom Design her echt nicht übel. Also auch die finde ich vollkommen in Ordnung. Und die sehen auch legendär aus. Und der elfte Platz geht für mich an Tubuz. Und ich mag Tubuz eigentlich ganz gern. Soweit ich weiß, ist es sogar Competitive ganz gut. Und ja, ich mag es vom Design etwas mehr als Selfie. Mehr kann ich da fast nicht sagen. Wie gesagt, die geben sich alle drei nicht viel. Das Unterteil von dem Pokémon sieht ja bei allen drei identisch aus. Also diese zwei Schweife, sag ich mal, die die haben. Und dieser kleine, etwas gebrechliche Körper. Nur der Kopf ändert sich halt so ein bisschen jeweils. Und den von Selfie finde ich einfach ein bisschen hässlicher als den von Tubuz. Aber wie gesagt, die geben sich nicht viel. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Platz 10. Und zwar zu Vesprit. Vesprit ist, soweit ich weiß, der Anführer dieses Trios. Aber eigentlich sind alle drei mir relativ gleich egal, sag ich mal. Wie gesagt, ich habe alle drei nie wirklich groß angefasst. Ich finde sie vom Design her nicht schlecht. Und sie sehen auch für mich legendär aus, wie gesagt. Von der Lore her hängt es ja so ein bisschen zusammen mit diesen Rubinen, die die auf der Stirn haben. Denn da konnte man doch irgendwie so eine Kette zusammenbasteln, um Dialga und Palkia zu rufen. War das nicht so? Ich glaube, irgendwie sowas hatte der gute Zyros damals gemacht in Pokémon Diamant und Perl. Der Anführer von Team Galactic. Also der Bösewicht von dieser vierten Generation. Das fand ich immer ganz cool. Also die Lore dahinter. Wie gesagt, das sind die Hüter der Seen von Sinnoh. Und das ist schon eine coole Idee eigentlich, aber mehr auch nicht. Deswegen bekommt Vesprit nur Platz 10. Bisschen unscheinbar. Aber wie gesagt, als normales Pokémon würde ich das nicht abstempeln, weil das schon irgendwie besonders aussieht. Also sie sind schon ganz coole legendäre Pokémon. Aber sie stehen halt im Schatten der richtig coolen Legendären Pokémon, die gleich noch folgen werden. Nämlich zum Beispiel Cresselia. Cresselia finde ich ganz nett. Es gab da eine schöne Sidequest in Pokémon Diamant, wo man quasi ein Kind heilen musste, das in irgendwelchen Albträumen gefangen war. So war das, glaube ich. Und da musste man, soweit ich weiß, eine Feder holen von Cresselia, um das wieder aufzuwecken. Irgendwie so war das. Und da konnte man Cresselia auch fangen. Ich finde Cresselia vom Design her relativ komisch. Also, ja, ich weiß nicht. Irgendwas mag ich daran nicht so sehr. Es hat mich nie so richtig überzeugt. Vielleicht ist es die Körperform, dass es keine richtigen Gliedmaßen hat, sondern nur diese Ringe da. Vielleicht ist es auch der komische Kopf, der mich immer ein bisschen an die Bananen von Tropius erinnert hat. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall fand ich Cresselia nie so krass. Deswegen ist es nur Platz 9. Aber die kommenden 8 Legendären Pokémon liebe ich eigentlich alle mega. Und dementsprechend, ja, wieso nicht? Ich denke mal, Cresselia hat sich den 9. Platz hier auf jeden Fall verdient. Und der 8. geht wahrscheinlich wie zu erwarten an Regigigas. Ich denke mal, die meisten haben sich schon gedacht, dass dieses Pokémon nicht sonderlich hoch in der Liste landen wird. Das Problem ist, Regigigas ist einfach competitive gesehen der letzte Abfall. Und es hat mich auch schon als Kind enttäuscht, weil es diese Fähigkeit hat. Denn ich wollte es eigentlich mal trainieren, aber da habe ich es gelassen. Weil die ersten 5 Runden, die es im Kampf ist, ist es einfach zu nichts zu gebrauchen und es ist einfach viel zu langsam. Richtig schade, dass man dieses Pokémon so verkackt hat. Ich hoffe mal, dass dieses Pokémon irgendwann mal in einem Remake der 4. Generation eine Mega-Version bekommt mit einer besseren Fähigkeit. Das wäre echt cool. Aber bis dahin ist Regigigas für mich nur Platz 8. Aber ich finde es trotzdem etwas schöner als Cresselia, weil mich wie gesagt das Design von Cresselia nicht wirklich begeistert. Und dann kommen wir auch schon zu Palkia. Ihr wisst Bescheid, ich habe Diamant gespielt. Deswegen hatte ich zu Palkia nie den großen Draht. Ich habe es nämlich nie selbst besessen. Zumindest lange Zeit nicht. Ich habe es dann irgendwann mal getauscht bekommen, aber dann ist es auf der Box vergammelt. Ich finde einfach Dialga in jedem Punkt besser vom Design her. Und zudem ist halt das gute Palkia auch pink. Was mich auch irgendwie immer ein bisschen gestört hat. Keine Ahnung. Ich finde auch irgendwie sein Gesicht ein bisschen dümmlich. Es sieht für mich einfach dümmlich aus. Keine Ahnung. Ich kann daran nichts ändern in dieser Meinung. So wie ich auch Lavados als brennendes Hühnchen empfinde, finde ich Palkia etwas dümmlich. Und das stört mich einfach. Irgendwie finde ich es trotzdem cooler als Regigigas oder Cresselia und auch als die Hüter der Seen. Aber nicht viel cooler. Und deswegen nur Platz 8. Doch jetzt kommen wir mal wieder zu einem Feuer-Pokémon und zwar zu Heatran. Und ich muss sagen, Heatran ist einfach richtig, richtig mächtig. Feuer-Stahl. Interessante Typenkombination. Und auch im kompetitiven Spiel bis heute auf jeden Fall eine Wucht. Nicht übel. Und ich mag es vom Design her sehr. Man hat es damals bekommen in Pokémon Diamant in einem Vulkan nach der Story. Fand ich immer eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Da hatten die Legendern-Pokémon noch richtige Nebenstories. Ich vermisse das sehr. Auf jeden Fall ist das gute Heatran für mich was ganz Besonderes. Es ist eines der coolsten Feuer-Pokémon. Vom Design her ist es nicht unbedingt mein Liebling. Aber trotzdem mag ich es mehr als die zuvor genannten. Und deswegen für mich ein ganz klarer Platz 6. Das war für mich relativ selbstverständlich. Auf jeden Fall eines der cooleren Pokémon der vierten Generation. Doch die nächste Platzierung tut mir im Herzen weh. Und zwar Dialga auf Platz 5. Das hört sich so schlecht an. Ohne Witz. Ich mag Dialga sehr. Ich finde es wirklich ziemlich perfekt für ein legendäres Pokémon. Und es hat mich auch instant überzeugt, die Diamant-Edition zu kaufen damals als Kind. Und nicht die Perle-Edition. Aber leider gibt es noch vier legendäre Pokémon, die ich mehr mag. Und deswegen schafft es Dialga nicht noch höher zu kommen in der Liste. Die vierte Generation hat einfach sehr, sehr viele, sehr krass gute legendäre Pokémon. Und da kommt Dialga leider nicht ganz ran. Ich muss aber sagen, dass ich mit Dialga sehr viele Kindheitserinnerungen verbinde. Ich habe es in Pokémon Diamant tatsächlich teilweise in meinem Team gehabt eine Weile. Für das erste Mal Liga durchspielen nämlich. Da hat mir das Pokémon einen guten Dienst erwiesen. Ich glaube, es war Level 47 oder so. Und es hat es, glaube ich, sogar geschafft, irgendein Pokémon von Cynthia für mich zu besiegen. Das für mich ein Problem war. Es war aber nicht das Knackrack. Das war nämlich zu sehr überlevelt. Ich weiß nicht mehr, welches. Aber auf jeden Fall hat Dialga geholfen. Und zudem war es auch noch ein Hauptbestandteil der Story von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Und das war halt auch ganz cool. Also, es hat mich immer überzeugt. Und dementsprechend will ich das Pokémon belohnen. Aber leider kann ich es nicht höher setzen als auf Platz 5. Denn auf Platz 4 sitzt so ein Pokémon wie Giratina. Und Giratina ist einfach nochmal viel, viel cooler. Es ist quasi der Satan der Pokémon-Welt. Und es lebt in der Zerr-Welt. Hat eine richtig coole Urform, wo es so fliegen kann. Das gefällt mir einfach mega. Ich muss sagen, ich habe Pokémon Platin jemals besessen, weil ich es irgendwie unnötig fand, mir das zu kaufen. Und ich denke, das war auch eine gute Idee. Denn, naja, so viel hat sich da nicht geändert. Und dementsprechend habe ich halt Giratina niemals in der Story erlebt. Aber trotzdem habe ich das Pokémon immer sehr gemocht. Und obwohl ich damit eigentlich kaum Kindheitserinnerungen verbinde, finde ich es cooler als Dialga. Zumindest so ein bisschen. Ich muss aber dazu sagen, dass man sich Giratina schon fangen konnte in der Diamant-Edition. Und zwar hat es da so einen kleinen Dungeon gehabt mit einem kleinen Rätsel. Und dann hat es da gestanden auf Level 60, glaube ich. Und ich habe es gefangen. Hat eine Weile gedauert für mich, bis es dann im Ball drin geblieben ist. Aber, ja, ich mochte es von da an sehr. Ja, die spezielle Attacke Schemenkraft fand ich auch immer sehr cool von Giratina. Und es hat mich einfach überzeugt. Für mich ein ganz klarer Platz 4. Aber jetzt kommen drei Pokémon, die einfach unfassbar gut sind. Und zwar zunächst mal Shaman auf Platz 3. Ich weiß nicht, was mit Shaman los ist, dass ich es so sehr mag. Denn es ist einfach komplett unscheinbar und eigentlich komplett lame. Aber ich liebe das Design einfach. Es ist süß und trotzdem sieht es irgendwie richtig selten und legendär aus. Das ist so ein verdammt simples, geniales Design. Sowas wünsche ich mir häufiger. Man verkackt es in meinen Augen viel zu häufig im Moment, ein unscheinbares, legendäres Pokémon-Design zu machen. So Pokémon wie Terrakion beispielsweise kann ich gar nicht leiden. Weil die für mich einfach nur legendär aussehen. Die haben nichts von legendären Status für mich. Aber Shaman ist einfach was Besonderes. Einfach speziell. Die Zenith-Form habe ich nie sonderlich gemocht, wenn ich ehrlich bin. Ich mochte immer die normale Form. Und die spezielle Attacke Schocksamen fand ich auch immer ziemlich cool. Shaman ist für mich einfach ein Pokémon, was heraussticht. Und ich habe auch den Film gesehen tatsächlich, soweit ich weiß. Doch, den habe ich sogar mal gesehen. Stimmt. Und ich werde dir mal das Cover einblenden. Da ging es irgendwie um ein Zeppelin, kann das sein? Das habe ich eben im Kopf gerade. Und um große grüne Wiesen, wo Shamans waren. Keine Ahnung. Ich habe da nur so Flashbacks. Das ist lange her, dass ich diesen Film gesehen habe als Kind. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon. Platz 3 definitiv. Und ich finde es komischerweise einfach cooler als Giratina oder Dialga. Aber das ist nur meine Meinung. Die müsst ihr nicht unterstützen. Und der zweite Platz geht an Arzois. Und Arzois ist der Gott der Pokémon-Welt. Und das ist eine verdammt coole Idee. Muss ich sagen. Ich habe auch den Film gesehen, hier mal wieder. Generell habe ich eigentlich von den Pokémon-Filmen nur die der vierten Generation gesehen. Ich glaube, alle anderen habe ich verpasst irgendwie. Keine Ahnung. Die kamen damals mal auf RTL 2. Kann das sein? Die Filme? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich auch den Arzois-Film gesehen. Hier fand ich jetzt nicht so krass geil. Aber Arzois war halt einfach für mich was ganz Besonderes. Es ist der Gott der Pokémon-Welt. Deswegen ist es halt schon ganz cool. Es kann sein Typen ändern. Wenn es so bestimmte Tafeln trägt. Das wurde ja später nochmal aufgegriffen in Generation 7 mit Typ 0 und so. Aber dieses Pokémon ist einfach nochmal wesentlich cooler designt als Typ 0 und seine Entwicklung. Deswegen finde ich das einen schlechten Abklatsch in der siebten Generation. Aber wie auch immer. Arzois ist halt komplett overpowered, muss man sagen, von den Werten her. Es ist mittlerweile nicht mehr das stärkste Pokémon von den Basiswerten her. Aber trotzdem finde ich es ziemlich überzeugend. Aber es ist halt nicht Platz 1 für mich. Weil das Problem ist, Arzois ist für mich nicht perfekt. Und der Gott sollte perfekt sein. Und ich finde, man hat hier Potenzial verschenkt. Und das stört mich mega. Und deswegen nur Platz 2. Denn es gibt auch noch ein Pokémon, was für mich klar besser ist. Und zwar Darkrai. Und Darkrai ist glaube ich sogar mein zweitlieblings Pokémon nach Equasa. Weil Darkrai ist einfach unfassbar düster und genial. Und man hat es damals bekommen durch einen Eventcode. Ich habe das nie selbst bekommen. Genauso wie Arzois und Shaman. Ich habe aber ungefähr zwei Jahre, nachdem ich mit Diamant angefangen hatte, mir ein Cheatmodul geholt, um diese Eventcodes mir zu holen. Hat glaube ich 10 Euro gekostet damals im Internet, dieses Cheatmodul. Das hat meine Mutter mir bestellt gehabt damals. Und da habe ich halt diese Events nachgeholt. Und für das gute Darkrai musste man sich dann in ein Bett legen. In der Stadt, wo man auch dieses Side-Event mit Cresselia ausgelöst hat, nach der Story. Und ja, da konnte man Darkrai auf einer Insel fangen, die halt genauso aufgebaut war im Endeffekt wie die von Cresselia. Nur so ein bisschen anders. Auf jeden Fall nach dem selben Prinzip im Endeffekt konnte man Darkrai dann fangen. Und das hat mich sehr überzeugt. Hat mir mega gut gefallen. Shaman hat man übrigens bekommen, indem man irgendwie in der Siegestraße so einen Seitenausgang genommen hat. Und dann konnte man da noch so einen weiteren Weg freischalten. Und Arzois hat man bei der Sperrsäule bekommen, wo man damals halt in der Story Dialga oder Palka gefangen hat. Aber Darkrai fand ich einfach am coolsten. Es war so ein bisschen creepy aufgebaut. Es ist für mich vom Design her was ganz Besonderes. Richtig, richtig cool. Und leider habe ich auch eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Und zwar habe ich dieses Pokémon dummerweise niemals in Mystery Dungeon besessen. Und zwar gab es da ein seltenes Item, mit dem man dafür sorgen konnte, dass halt diese Legendären Pokémon, die man normalerweise nicht durch Side-Events bekommen konnte, dass die halt trotzdem auftauchen in irgendwelchen Dungeons. Zu geringen Wahrscheinlichkeiten oder so. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass man in einem Meeres-Dungeon auf der zweiten Etage schon random ein Darkrai antreffen kann, wenn man dieses Item mit sich trägt. Und ich habe das wirklich Stunden probiert, über Wochen, immer mal wieder. Und ich konnte Darkrai nie rekrutieren. Es hat halt eine sehr niedrige Rate gehabt, niedrige Fangrate quasi. Und ich hatte immer Pech. Eigentlich schade, aber gut. Trotzdem mag ich das Pokémon mit Abstand am meisten. Und ich finde es cooler als den Gott der Pokémon, was schon einiges aussagt. Und deswegen ganz klar Platz 1. Für mich mein zweitiglings Pokémon nach Equasa. Das war es aber auch schon mit dem heutigen Ranking. Es ist doch etwas länger geworden als erwartet. Aber ich muss sagen, ich habe einfach mit diesen Legendären Pokémon eine Menge durchlebt, sage ich mal, als Kind. Und dementsprechend kann ich einiges dazu sagen. Und es sind halt 14 Stück, was schon eine ganze Menge ist. Wie gesagt, Rotom wäre für mich auf Platz 10 gewesen zwischen Vesprit und Cresselia. Wenn es ein legendäres Pokémon wäre offiziell. Denn, keine Ahnung, es überzeugt mich nicht komplett. Es ist relativ simpel aufgebaut. Ich mag die Idee dahinter, aber mehr auch nicht. Deswegen wäre es für mich nicht so cool wie Cresselia im Endeffekt. Aber cooler als Vesprit wäre es schon eigentlich. Aber wie auch immer, es ist für mich, wie gesagt, kein offizielles legendäres Pokémon. Und deswegen war es nicht auf der Liste mit drauf. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu der Liste auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Top-Liste über die fünfte Generation. Und da werde ich dann wieder, ja, kaum ein Pokémon richtig kennen, sag ich mal. Mit der Story dahinter und so weiter. Und dementsprechend würde es für mich wieder schwierig sein, diese Liste aufzustellen. Aber da werde ich dann mal wieder nach dem Aussehen handeln. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh! Kanal, mein Hauptkanal. Rechts daneben ist mein Livestream-Ankündigungskanal. Wenn ich mal streame, werde ich es da ankündigen. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen. Und das untere ist das letzte Legendary Ranking. Deswegen schauen wir mal rein. Bis bald. Tschüss. Tschüss.